Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video in Tobis Hardwerke. Heute schauen wir uns was ganz Besonderes an, und zwar die Sapphire X7900XTX Nitro Plus. Warum besonders? Es ist eine wirklich schöne Karte, finde ich zumindest. Der Roy ist auch ein Riesenfan davon. Und, was ich auch sagen muss, zur Verfügung gestellt wurde uns das Ganze vom lieben Christian. Der hatte uns ja damals schon die Asus TUF Gaming RTX 4090 zur Verfügung gestellt. Und diesmal hat er wieder zugeschlagen, hat mir die Karte zugeschickt. Also wirklich vielen, vielen Dank Christian. Ich hoffe ja mal in Zukunft, dass Sapphire uns auf dem Schirm hat und wir auch mal was von denen zugeschickt bekommen. Auch wenn es nur eine Leihgabe ist und das Ganze wieder nach zwei, drei Wochen zurück muss, würde uns das natürlich sehr freuen. Also, falls ihr von Sapphire zuschaut, meldet euch gerne bei uns. Wir stellen uns auf jeden Fall für einen Test zur Verfügung. Was schauen wir uns heute an? Wir werden uns anschauen, wie performt die Karte. Das heißt, was für Taktraten fahren wir? Wie gut lässt sich die Karte übertakten? Darauf gehen wir auch nochmal ein. Wie sieht der Stromverbrauch aus? Wie schlägt sich die Karte im Vergleich zur 7900 XTX MBA Variante? Das ist ja die Karte, die man auch so als Referenz bezeichnet. Dementsprechend wird sie halt von AMD gefertigt und ich hatte ja die von Sapphire da und naja, die hat sich so der Lage geschlagen. Wir kennen ja auch die ganze Problematik mit den Kühlern und daher war ich sehr auf diese Karte gespannt, auf die Naito Plus. Und ich muss euch sagen, sie macht einiges anders, sie ist um einiges besser und was das alles ist, das schauen wir uns jetzt an. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen des Videos. Schauen wir uns als erstes die Verpackung an. Die Verpackung ist auf jeden Fall schon mal ansprechend, würde ich so sagen. Und wir sehen auch die großen Eckdaten da drauf, beziehungsweise die Eckdaten. Und ich würde sagen, wir öffnen das Ganze mal. Habe ich im Livestream übrigens auch schon gemacht. Und was wir in der Verpackung finden, ist erstmal eine Umverpackung nochmal. Das heißt, eigentlich die äußere Verpackung ist nur aus optischen Gründen da. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn wir das rausholen. Und im Inneren finden wir dann natürlich die Karte und das Zubehör. Handbücher haben wir auch noch zwei Stück. Dann finden wir nochmal hier das RGB-Kabel und dann noch die GPU-Halterung, falls ihr die denn braucht. Und dann natürlich die Grafikkarte. Und ich würde sagen, wir werfen jetzt mal einen Blick auf die Karte selbst. Bevor wir uns die Karte natürlich erstmal anschauen können, müssen wir die ganzen Folien abmachen. Und das ist schon ein bisschen mehr. Wir haben ja hier quasi den RGB-Streifen, zumindest vermute ich mal, oder habe in Erinnerung, dass es ein RGB-Streifen ist. Und ja, da wehrt die Folie sich. Ihr kennt das wahrscheinlich. Das geht nicht immer so ab, wie es abgehen sollte. Zumindest nicht in der Vorstellung, die man selbst hat. Und dann ziehen wir das Ganze mal ab. Das ist übrigens ein bisschen dickere Folie. Wenn man das Ganze so anbringen muss oder ob man sich hier das Klassik sparen könnte, sei mal dahingestellt. Aber bei dem Preis möchte man ja eigentlich eine Karte bekommen, die in Ordnung ist. Zumindest die keine Kratze hat. Und davor schützt die Folie auf jeden Fall. Das war es auch. Und jetzt würde ich sagen, wir werfen einen Blick auf die Karte. So, jetzt geht das Ganze mal ein bisschen näher. Und was man auf den ersten Anhalt anhieb sieht, ist, dass die Lüfterstruktur hier ein bisschen anders ist. Wir haben hier quasi diesen Knick drin, das Dreieck, so würde ich es mal nennen. Und das bei allen drei Lüftern. Die Lüfter sind 95 mm groß. Kann ich euch auch nochmal hier zeigen. Und mache nochmal Fremdwerbung für Schaltschutz. Ich weiß gar nicht, wo ich den Zollstock her habe. Aber na gut. Dann können wir uns auch nochmal die Länge anschauen. Das sind so circa 32 cm. Und die Höhe schauen wir uns auch mal an. In einem bekommen wir natürlich nochmal den Blick auf die Seite. Das sind ein bisschen mehr wie 7,1 cm. Und was man sieht, dass das Ganze wirklich sehr ansprechend ist. Die Anschlüsse sind hier auch versteckt. Die hier für die RGB-Beleuchtung zuständig sind. Und für die Lüfter. Was man auch sieht, ist, dass die Karte eine ziemlich fette Grundplatte hat. Ich drücke es mal so aus. Weil es ist wirklich massiv, das Ganze. Und das wird wahrscheinlich auch dafür schützen, dass die Karte sich verbiegt. Wir sehen dann nochmal, dass das Ganze hier verschraubt ist an der Grundplatte. Also der obere Deckel, wo die Lüfter im Prinzip dran sind. Und wir sehen auch ziemlich viele Heatpipes. Aber leider, wenn wir hier von hinten drauf gucken, sehen wir nicht, wie viele Heatpipes verbaut sind. Was wir allerdings sehen, dass wir hier nochmal ein Throw-Through-Design haben. Also die Luft kommt hier nochmal raus, auch wenn es nur zum Teil ist. Was wir auch haben, was ziemlich cool ist. Drei 8-Bind-Anschlüsse. Das heißt, die Karte darf sich etwas mehr Strom genehmigen. Was ich auch cool finde, ist das Design hier mit dem Sapphire-Logo. Was quasi eingestanzt ist. Und man sieht auch, dass wir hier ein paar mehr Löcher drin haben. Sodass die Wärme auch raus kann. Im Übrigen gucken wir nochmal. Ich hoffe, man sieht es. Wir haben hier auch nochmal Wärmeleitpads an der Backplate. Das heißt, die Wärme wird abgeführt, aber nicht an der GPU. Weil an der GPU ist das Ganze ja offen. Das heißt, die Wärme kann auch direkt hier raus und weg. Und was wir auch sehen, wir haben hier nochmal einen BIOS-Switch. Da werden wir auch mal gucken, was das Ganze denn so bringt. Und an der I.O.-Blende bzw. an den Ausgängen sehen wir nochmal die Anschlüsse. Wir haben insgesamt zweimal HDMI und zweimal Display-Port. Ein USB-Typ-C fehlt hier leider. Gut, ich weiß nicht, wer von euch das benutzt. Was wir aber auch nochmal sehen hier, dass das Ganze ziemlich gut verschraubt ist. Also wirklich massiv gestaltet. Also mir gefällt die Optik auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, was der Roy sagt. Das war ja einer seiner Favoritenkarten. Und ich werde ihm mal gleich ein paar Bilder schicken. Denn mir gefällt sie auf jeden Fall sehr, sehr gut. Was ich im Übrigen auch gut finde, muss ich auch nochmal erwähnen, dass wir hier quasi die Seriennummer weit hinten haben. Das heißt, man bekommt nicht unbedingt einen Blick drauf, obwohl ich wirklich vorschlagen würde oder empfehlen würde, dass man die Karte vertikal einbaut. Also so, dass ihr im Prinzip auch hier die Beleuchtung seht. Obwohl man sie horizontal aussieht. Aber dann könnte man sich hier im Prinzip auch den Blick auf die Seriennummer sparen. Obwohl wir mit dem RISER-Kabel dann wieder eine kleine Bremse drin hätten, so würde ich es mal ausdrücken. Ob es dann so entscheidend am Ende des Tages ist, sei mal dahingestellt. Übrigens, was auch interessant ist, wir haben hier auch nochmal den Anschluss für die RGB-Beleuchtung. Das Kabel liegt dabei. Und dann können wir hier auch nochmal den Lüfter anschließen. Hat den Vorteil, dass der Lüfter dann durch die Grafikkarte gesteuert wird. Das heißt, wenn die Grafikkarte wärmer wird, dass ihr im Prinzip dann durch den Lüfter oder die Lüfter, die ihr hier dran anschließt, halt mehr Luftzufuhr bekommt. Und die Karte dementsprechend besser kühlen kann. Gut, das soll es erstmal sein. Ich baue die Karte jetzt ein und dann gucken wir mal, wie sie sich so schlägt. Bevor es jetzt weitergeht, ein kurzer Break hier. Ich habe gerade das Video geschnitten und dabei ist mir aufgefallen, hey, warum mache ich denn die Backplate nicht ab und gewähre euch einen Blick darauf und gehe auch nochmal auf die Spannungsversorgung ein. Dementsprechend habe ich das Ganze gemacht. Ich blende euch auch einmal ein paar Bilder dazu ein, ohne Backplate. Und würde sagen, wir gehen hier auf die Spannungsversorgung ein. Da ich ja nicht den kompletten Kühler abgemacht habe, verlinke ich euch unten nochmal einen Artikel von TechPower ab, wo sie komplett auf die Spannungsversorgung eingegangen sind. Daher habe ich auch meine Infos und natürlich die Infos von der Rückseite der Karte, wo man ja die verbauten Komponenten sehen kann. Was man hier auf der Rückseite nochmal schön sieht, sind die Wärmeleitpads, die die Temperaturen vom Speicher an die Backplate weitergeben. Und zur Spannungsversorgung selbst, da sind 17 Phasen verbaut. Also insgesamt haben wir 17 Phasen und die werden dann gesteuert von einem MP2857 von Monolithic Power Systems. Schaut euch aber wie gesagt gerne nochmal den Artikel von TechPower Up dazu an. Auch die Power Stages sind von Monolithic. Und zwar sind das dann MP87997 und die haben dann 70 Ampere, sind die Amos. Die gleichen Power Stages haben wir dann auch für den Grafikkartenspeicher, allerdings dann nur drei Phasen und die werden gesteuert von einem MP2856. So, es gibt mal einen Blick auf die Karte im eingebauten Zustand und ihr seht das mit dem RGB Streifen, sieht wirklich schon geil aus. Obwohl man es eigentlich gar nicht mehr Streifen kann, nennen kann, sondern eigentlich RGB Balken oder irgendwie sowas typisch deutsches, weil das ist halt so ein richtig fettes Teil. Also wirklich Wahnsinn. Und übrigens das Sapphire Logo oben, oder das Sapphire Logo oben, leuchtet auch. Auf der Rückseite haben wir auch nochmal den Streifen, den sieht man so ein bisschen im Hintergrund, aber naja, den hätte man sich auch sparen können, je nachdem wie die Karte eingebaut ist, sieht man es sowieso nicht. Und ich spiele hier gerade War Thunder, beziehungsweise bin im Spiel und ich nehme mal gerade das Mikro ab und ihr könnt mal hören bezüglich Spulenfiepen. Und ihr könnt schon hören, sie hat Spulenfiepen, wir sind jetzt aber bei fast 300 FPS, 258 um genau zu sein und die Karte ist auch nur 63 Grad warm, aber zu den Temperaturen kommen wir gleich nochmal und naja, dafür ist es auf jeden Fall ordentlich. Spulenfiepen ist jetzt nicht so störend wie zum Beispiel in der Tough Gaming, aber ich werde euch nachher nochmal dazu was erzählen. Ihr seht es ja schon eingeblendet, einmal einen Blick auf die Temperaturen, das Ganze macht 20 Minuten War Thunder und ihr wisst, War Thunder lastet die Geepu wirklich krass aus. Könnt ihr selbst für euch mal testen das Spiel, könnt ihr kostenlos runterladen, ist jetzt auch keine Werbung, ist einfach mein Spiel, dementsprechend muss ich da so ein bisschen kostenlose Werbung für machen. Schaut es euch gerne mal an und dann könnt ihr auch einen Blick auf die Temperaturen bei euch werfen und wir werfen jetzt erstmal einen Blick auf die Nitro Plus und wir sehen, die maximale Temperatur lag bei 64 Grad Celsius. Ihr seht auch die Lüfterdrehzahl, die maximale, das sind 1560 Umdrehungen. Im Übrigen, standardmäßig ist der Schalter auf 1 und 1 ist das Standard BIOS, 2 ist das Silent BIOS und bei 3 sucht die Karte sich im Prinzip aus, was ihr machen will und ich habe hier das OC BIOS als erstes natürlich getestet. Das sieht man hier auch am Stromverbrauch, der liegt nämlich maximal bei 404 Watt. Man kann das Ganze nochmal an 15% anheben und dann steigt natürlich die Temperatur auch an. Ihr könnt schon sehen, mit 15% mehr Power Target liegen wir auch bei einem deutlich höheren Stromverbrauch, fast 470 Watt. Ich kann euch schon mal sagen, vorweg, bevor wir uns gleich die Ergebnisse der Stromverbrauchsmessung anschauen, ja, sie verbraucht mehr Strom wie die RTX 4090 von Pellet zumindest, ohne OC, also ohne höheres Power Target und man sieht auch die Karte, beziehungsweise die Lüfter, die drehen höher, 1859 Umdrehungen, also ca. 300 Umdrehungen mehr. Die Karte wird aber nicht so warm, 65 Grad und zur Lautstärke kann ich auch nochmal kurz was sagen, die wird nicht wirklich laut, also sie ist nicht wirklich störend. Klar, ihr hört es raus, wenn ihr das Gehäuse geschlossen hättet, dann wird sie wahrscheinlich nochmal ein bisschen wärmer und dann dementsprechend eventuell ein bisschen leiser, je nachdem, was für ein Gehäuse ihr habt, ist immer individuell, aber ich habe sie hier nicht wirklich störend wahrgenommen und auch die Lüfter, die rattern nicht oder so, dementsprechend ist es jetzt nicht wie bei der Pellet, wer die Pellet RTX 4090 mal gehört hat, der weiß, im unteren Drehzimmerbereich rattert die so ein bisschen, das hat die Nitro Plus auf keinen Fall und es läuft wirklich alles sehr angenehm. Als nächstes habe ich dann das Silent BIOS aktiviert und ihr seht es, 62 Grad Celsius, der Stromverbrauch ist deutlich geringer, bei 347 Watt und dementsprechend, naja, wird die Karte auch nicht wirklich wärmer und dementsprechend ist die Karte natürlich kühler, die Lüfterdrehzahl sinkt nochmal was, dementsprechend ist die Karte ein bisschen leiser, es geht auch Performance verloren, das schauen wir uns aber gleich nochmal an und wenn ihr mit dem Silent BIOS dann nochmal ein höheres Power Target einstellt, dann seid ihr wieder bei den fast 402 Watt oder ca. 402 Watt im Prinzip wie mit dem OC BIOS standardmäßig und dementsprechend, ja, haben wir wieder 64 Grad und die Lüfter drehen wieder fast genauso hoch, fast gleich und dementsprechend könnt ihr euch das im Prinzip sparen, wenn ihr denn mehr Leistung wollt, dann nehmt direkt das OC BIOS plus höheres Power Target oder wenn ihr weniger Strom verbrauchen wollt, könnt ihr auch direkt das OC BIOS im Prinzip nehmen und einfach das Power Target runterdrehen. Kommt im Prinzip aufs Gleiche hinaus und ihr müsst euch nicht den Umstand machen und da an der Karte rumspielen, weil der Zugriff auf das BIOS beziehungsweise auf den BIOS Switch naja, ist so lala, man muss schon genau hingucken, weil man muss so ein bisschen mit dem Finger da reinfummeln, ich blende euch das mal ein, das hätte man natürlich schöner lösen können, aber man kriegt es auf jeden Fall hin, aber ich würde wie gesagt dazu raten, dass man einfach das OC BIOS annässt. Kommen wir auch schon zu den Benchmarks und da kann man einfach nur sagen, durch das höhere Power Limit hat natürlich die Nitro Plus mehr Leistung wie eine Standard RX 7100 XTX im MBA-Design ist natürlich selbstverständlich und man sieht auch, dass wenn wir das Ganze mal vergleichen mit der MBA-Karte mit 15% mehr Power Target, dann sind wir im Prinzip da, wo die Nitro quasi standardmäßig ist und wenn wir dann nochmal das Power Target hochschieben, dann geht es halt richtig ab. Im Vergleich zu 4090 natürlich nicht, ist aber ein anderer Preisbereich, obwohl das nur noch teilweise 400 bis 500 Euro sind, wenn die Sapphire Nitro Plus kostet um die 1500 Euro und wenn man sie dann bekommt, ist auch wieder so eine Sache, aber man bekommt ja auch andere Karten, zum Beispiel die Red Devil von Power Color oder auch von S-Rock, die Formula OC sind auch Alternativen dazu, aber wie gesagt, wir schauen uns heute erstmal hier die Nitro Plus an und nochmal ein kleiner Teaser, wir schauen uns gleich auch nochmal an, wie sehen denn ein paar Ergebnisse aus, wenn wir plus den 15% mehr Power Target auch noch zusätzlich den GPU-Speichertakt anheben. Ja, wir schauen uns auch ein aktuelles Spiel an, Call of Duty Modern Warfare 2 2022, das ist ja für die Radeon Karten, eins der Spiele, die richtig Performance haben auf der guten RDNA 2 Architektur und man sieht, ja, wir können hier wieder vergleichen zwischen NBA und Nitro Plus, aber das lassen wir hier mal weg und wir sehen, dass wenn wir die Nitro Plus auf plus 15% mehr Power Target stellen, wo sie dann übrigens bei fast 480 Watt ist, habt ihr ja eben gesehen, dann kommt da ordentlich Leistung bei raus und sie ist sehr nah an der RTX 4090 dran, beziehungsweise im 0,1% Low-Bereich ist sie sogar schneller. Also wirklich super, muss man einfach nur sagen, die Karte geht ab wie Schmitz Katz, wenn ich es mal so sagen darf. Und in dem Spiel, wenn ihr nur das Spiel spielt, hat die Karte wirklich eine super Preis-Leistung. Da könnt ihr im Prinzip die RTX 4090 aus euren Augen verlieren, klar, außer wenn in Zukunft irgendwelche anderen Spiele gespielt werden sollen, dann kann es natürlich wieder sein, dass die RTX da besser performt von der Preis-Leistung her. Aber hier in dem Spiel kann man es einfach nur sagen, das ist definitiv ein Spiel, wo die Radionkarten super abschneiden. Als nächstes werfen wir einen Blick auf Horizon Zero Dawn, hier ohne DLSS, nur UHD, maximale Grafik und wir sehen es. Ja, hier ist das Ganze auf den Radionkarten ein bisschen langsamer. Die Naito Plus ist aber hier wieder schneller als die MbA. Selbst mit Standard-BIOS sieht man wieder diesen Unterschied zur MbA-Karte. Und wer sich übrigens fragt, was heißt MbA? Made by AMD. Dementsprechend im Prinzip Referenzdesign. Aber ich sage jetzt immer MbA, weil es halt kürzer ist. Nur zu Verständnis halber wollte ich es mal kurz erklären. Und wenn wir wieder ein bisschen mehr Power-Tage reinschmeißen, sehen wir, dass die Naito Plus wieder einen Schritt nach vorne macht. Und auch ein Stückchen näher an die RTX 4090 kommt. So, der nächste Test ist vielleicht ein bisschen unfair, obwohl man das so nicht sagen kann, weil preis-leistungsmäßig die AMD-Karten auch teuer sind, vor allem die Custom-Karten. Die MbA kaufen wir uns ja aktuell nicht. Oder die meisten kaufen sie sich nicht, weil es halt noch die Probleme mit den Kühlern gibt. Und dieses Mal habe ich dann einfach mal Shadow of the Tomb Raider getestet mit Raytracing. Hatte ich ja auch schon im letzten Test von der 7100 XTX MbA-Karte. Und hier sieht man, dass die NVIDIA-Karten halt, was Raytracing angeht, deutlich besser dastehen. Sollte einem aber klar sein. Im Übrigen, ich bekomme noch eine RTX 4070T, die Trinity von Zotac. Und die werden wir dann uns auch mal hier in dem Spiel anschauen und mal gucken. Ich gehe davon aus, dass die da ein bisschen besser abschneidet wie die AMD-Karte. Aber wenn ihr kein Raytracing möchtet, dann schaltet es aus und dann sind die Unterschiede deutlich geringer. Kann ich in Zukunft beziehungsweise bei dem Test der 4070T auch mal testen. Wenn ihr es denn wollt, dann schreibt es mal gerne in den Kommentaren. Aber ich wollte halt ein Spiel mit reinbringen, wo man das Ganze sieht. Aber schaut euch auch gerne mal die Tests auf den einschlägigen Seiten an, die doch deutlich mehr Karten mit im Vergleich haben. Was natürlich auf jeden Fall nicht fehlen darf, ist War Thunder. War Thunder, UAD, maximale Grafik, also alles, was reingeht, außer vierfach SSA. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Und wir sehen, dass hier die Nitro Plus teilweise eine ganze Ecke schneller ist. Man muss aber dazu sagen, wenn wir kein Vierfach-SSR anhaben, dann schwanken die Min-FPS ein bisschen hin und her und da sind die durchschnittlichen FPS deutlich zuverlässiger. Das heißt, wenn ihr ein paar Mal Benchmark durchlaufen lasst, ja, dann variiert das Ganze mal so ein bisschen. Dementsprechend konzentriert euch eher hier auf die AVG-FPS, denn die sind hier deutlich zuverlässiger und man sieht, dass wir wieder mit einem höheren Power-Target mehr FPS bekommen, obwohl es nicht so weit vorne ist, wie bei den anderen Spielen. Aber wenn wir uns dann das Ganze mal mit Vierfach-SSR anschauen, sehen wir dann schon wieder Performance Plus, wenn wir denn der Nitro Plus nochmal ein höheres Power-Target geben. Ob sich das Ganze dann lohnt vom Stromverbrauch her, naja, das könnt ihr euch im Prinzip selbst beantworten, wenn ihr gleich den Stromverbrauch seht, denn das ist schon eine ganze Ecke, die die Karte mehr verbraucht. Und übrigens sieht man hier auch wieder, wenn man das Silent-Bios anmacht, sehr nah an der 7100 XTX ist. Außer, wie gesagt, die Nitro Plus ist deutlich kühler und eine ganze Ecke leiser. Ob sich das Ganze natürlich dann für euch lohnt, im Vergleich 1149 Euro zu 1480 Euro oder für was auch immer ihr die Karte bekommt, sei mal dahingestellt, ob es den Aufpreis wert ist. Aber das sei natürlich euch überlassen. Bevor wir uns jetzt gleich einmal die OC-Ergebnisse anschauen, nochmal einen Blick auf den Stromverbrauch. und ihr seht schon, der orangene Balken ist mit 15% mehr Power-Target auf der Nitro über der RTX 4090. Ja, sie liegt dann etwas höher und effizienztechnisch ist es in den meisten Spielen dann deutlich schlechter. Was ihr auch seht, Eileverbrauch nicht so gut. Hatte ich ja mit der NBA-Karte schon und nochmal für alle, die das Video zur Safari RX 7100 XTX nicht gesehen haben, also zu der NBA-Karte, das liegt unter anderem daran, zumindest bei mir ist es so, sobald ich den Monitor bzw. den Fernseher über HDMI angeschlossen habe und 120 Hz an habe, verbraucht die Karte so viel. Stell dich auf 60 Hz runter, ist alles in Ordnung und es ist auch der neueste Treiber drauf, der das Ganze natürlich beheben soll. Macht er in meinem Fall nicht. Wenn ihr eine niedrige Auflösung wie UHD habt, dann werdet ihr das Problem wahrscheinlich nicht haben, zumindest der Christian hat das nicht mit seiner Merc. Gehen wir davon aus, dass sie hier an der geringeren Auflösung liegt und ich hoffe, dass das Ganze demnächst behoben wird, denn das ist schon ganz am Batzen, was die Karte auch, aber ich bin da eigentlich zuverlässig gestimmt, dass das Ganze dann demnächst behoben wird. Ansonsten, wenn ihr die Naito Plus mit dem OC-BIOS normal laufen lasst, dann seht ihr 505 Watt. Ist ein bisschen mehr natürlich wie mit dem Silent BIOS, ist auch ein bisschen mehr übrigens, wenn das Silent BIOS an ist, wie die MBR-Karte. Ihr seht, eine ganze Ecke mehr sogar, liegt wahrscheinlich an einer besseren Spannungsversorgung oder vielleicht noch am BIOS, vielleicht wird das Ganze noch verbessert. Muss man mal gucken, wie das in Zukunft dann ist. Aber ich denke mal, da solltet ihr wissen, dass die Karte schon ein bisschen mehr Verbrauch, Unterlast, denke mal am EIDL, wenn ja mal ein vernünftiger Treiber, was den Stromverbrauch im EIDL angeht, da ist, dann werden die Karten wahrscheinlich gleich aufliegen. Ja, kommen wir zum Thema OC. Und ihr seht es schon, ich habe GPU-Set eingeblendet mit dem Standard-Takt. Ich blende euch jetzt auch noch mal ein, wie das Ganze dann aussieht mit OC, denn da ist einiges möglich. Als erstes habe ich einfach mal geguckt, wie hoch kann ich den Speicher über takten. Das waren maximal 2800 Megaz, die waren dann aber nicht so stabil. Dann habe ich runtergestellt auf 2750 Megaz. Damit konnte ich auch eine ganze Weile zocken und hatte keine Abstürze, also wirklich super. Sind 50 Megaz mehr wie bei der NPA-Karte. Und man sieht auch, dass die Bandbreite des Speichers richtig nach oben geht und es hier nicht wirklich Nachteil hat, dass wir GDDR6 Speicher verbaut haben statt 6X Speicher. Und was den GPU-Takt angeht, konnte ich das Ganze zumindest in einem MSI Afterburner auf 3450 Megaz einstellen und habe auch verschiedene Sachen getestet. Die blende ich euch mal ein. Einmal habe ich dann War Thunder getestet, UHD plus 4-fach-SSA, also das Maximale, was an Last im War Thunder geht. Dann sind wir bei 2,8 GHz, mal teilweise drunter. Wir gehen aber auch mal über die 3 GHz ab und zu als wirklich gut und das habe ich ja auch im Thumbnet schon geschrieben und das auch nicht umsonst, also die 3 GHz, die laufen schon. Und wenn ihr das Ganze dann mal runterstellt und nicht so viel Last dann auf der GPU ist, dann sind die 3 GHz deutlich öfters zu sehen. Und wenn ihr das Ganze dann nochmal runterstellt, zum Beispiel, wie hier in einem Video, was ich euch zeige, in Full HD, dann gehen wir sogar teilweise über die 3,4 GHz. Also wirklich erstaunlich, was da rauszuholen ist. Ich gehe auch davon aus, das ist jetzt Spekulation. Das, wenn die Karte noch ein höheres Power-Limit hätte, sagen wir mal einfach 600, 700 Watt, was wirklich richtig krass wäre, dass wir das dann auch in UHD sehen würden. Übrigens, wenn ich dann auf 3,5 GHz gestellt habe, dann ist das System abgestürzt, dann auch mal kurz die 3458 MHz gesehen und danach war Feierabend, ist das ganze System abgestürzt. Das ist halt ein bisschen blöd bei AMD. habe ich ja schon bei dem Video zur 7100 XTX MbA gesagt. Es ist halt so, dass das ganze System dann direkt abschürzt. Das hat man bei Nvidia so nicht, zumindest nur sehr selten. Muss man einfach in den Raum werfen. Aber wer Spaß am OC hat, der wird hier wahrscheinlich mehr Spaß haben an der Karte wie an der 4090, denn meine 4090, die geht zwar teilweise über 3 GHz, aber nicht so krass wie die Karte hier. Und das ist wirklich erstaunlich. Und wenn dann noch mal mehr mit dem Treiber rausgeholt wird, puh, dann geht es wirklich ab. Übrigens, abgehen. Ich blende euch dann noch mal kurz hier ein paar Benchmarks ein, beziehungsweise einmal noch das Diagramm zu Warsunder, wie viel mehr Power wir dann haben. Es ist nicht so viel mehr, muss man sagen. Also es lohnt sich schon, kann man sagen. Und was auch ganz wichtig ist, dieses Setting mit 3450 MHz und 2750 MHz am Speicher, damit konnte ich zocken. Wirklich eine ganze Zeit zocken. Dann lag der Takt stabil, fast immer bei 2,8 GHz. Wie gesagt, ab und zu mal runter, aber teilweise dann auch bis auf 3 GHz hoch. Also was soll man sagen, also es ist wirklich eine gute Karte. Und da ich es schon sage, gute Karte, kommen wir zum Fahrtziel. Für mich ist die Sapphire RX 7900 XTX Nitro Plus die schönste 7900 XTX Karte, die ich bisher gesehen habe. Vielleicht kommen noch irgendwelche neuen Karten raus, die das Ganze dann noch mal ändern und die dann den Rang 1 ablaufen. Aber von der Optik her wirklich eine super Karte, die Verarbeitung ist super. Das mit dem RGB-Streifen ist wirklich ansprechend. Klar, wen stört, der kann es vielleicht noch ausmachen. Ansonsten 3 8-Pin-Anschlüsse, gut, das mit dem Kabelsalat. Ihr seht es ja schon. Naja, da ist der 16-Pin-Anschluss bei Nvidia schon besser. Allerdings auch nur, wenn man dann nur ein Kabel dran hat und das direkt zum Netz hergeht, ohne diesen wunderschönen Adapter, den es da gibt. Und man sieht ja auch, der Kühler, der ist wirklich gut. Hält die Karte unter 70 Grad und das bei der Leistungsaufnahme, vor allem bei der Leistungsaufnahme, mit mehr Power-Target. Ist wirklich beachtlich, was da geht. Liegt aber auch an den Riesendimensionen, die der Kühler hat. Und wie gesagt, der Verarbeitung, dem Material, was verwendet wird. Und die Backplate hat auch Kontakt. Macht dann wahrscheinlich auch noch mal zwei, drei Grad aus. Und meiner Meinung nach lohnt sich ja auch nicht wirklich eine Wasserkühlung. Außer hier wollen es wirklich super leise. Wollen vielleicht noch ein bisschen mehr OC. Dann kann man da schon machen. Ob es dann den Aufpreis wert ist, sei mal dahingestellt. Aber beachtet bitte, dass Sapphire dann keine Garantie mehr gibt, sobald ihr den Kühler abhabt. Zumindest ist das das, was mir bekannt ist. Falls ihr es besser wisst, könnt ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben, falls ihr schon mal einen MA-Fall hattet, obwohl der Kühler ab war. Würde mich mal sehr interessieren, schreibt es gerne rein. Und zum Thema OC, wo wir schon gerade bei Wasserkühlung und OC waren. OC ist natürlich immer so eine Sache, die auf Glück basiert. Also ihr könnt natürlich eine gute GPU oder einen guten Speicher erwischen oder auch nicht. In dem Fall würde ich sagen, hat ihr schon Glück. Man sieht auch, dass die Karte schon am Power-Limit hängt. Hat man ja schon bei der MBA gesehen, dass da das Ganze dann schon dadurch limitiert wird. Ich denke mal, da würde noch viel mehr gehen. Vielleicht sehen wir das ja bei einer 7950 XTX, die dann vielleicht vier 8-Pin Stromanschlüsse hat. Wer weiß. Ich meine, die Vergangenheit hat ja gezeigt, dass so vieles möglich ist, siehe RTX 4090 oder die Gerüchte zur RTX 4090 Ti, die da von 600 Watt gesprochen haben. Warten wir mal ab. Und das soll es auch noch nicht gewesen sein zur Karte. Falls euch noch irgendwas gefehlt hat, dann schreibt es gerne in meine Kommentare. Denn ich werde noch ein Undervolting-Video machen. Also wie kann man die Karte Undervolten und was kann man an Strom sparen? Was ist da möglich mit einer 7100 XTX? Betrifft da nicht nur die Naito Plus, sondern Undervolting ist ja bei eigentlich fast jeder Karte möglich. Und dementsprechend schauen wir uns das Ganze mal an. Vor allem jetzt, wo wir demnächst die Strompreise hochgehen oder bei vielen von euch schon die Strompreise hochgegangen sind. Und ich muss sagen, es wird in nächster Zeit öfters Treiber-Updates geben, also wo wir dann einen neuen Treiber testen. Und warum ist das so? Ich habe ja am Anfang gesagt, der Christian hat die Karte gekauft und hat sie mir zugeschickt. Aber die Karte ist nicht für mich. Und zwar, ihr könnt euch erinnern, der gute Roy, der hat ja im Prinzip von der Karte geschwärmt. Christian, der schaut ja jedes Video von uns an und hat dann halt mit mir telefoniert. Wir haben gesprochen und er möchte die Karte Roy als Dauerleihgabe zur Verfügung stellen. Das heißt, Roy wird seine 2070 endlich los und das bedeutet mir wirklich sehr viel. Vielen Dank, Christian nochmal. In diesem Fall, Roy sieht das Ganze natürlich auch erst jetzt hier in dem Video. Er weiß gar nichts davon und ich hoffe, er freut sich. Ich weiß, er freut sich, denn er hat dann endlich eine Grafikkarte, die er testen kann und auch hoffentlich viel damit zockt und seine Erfahrungen damit euch teilt. Das heißt auch, wenn ihr irgendeine Frage zur Karte habt in sechs Monaten, in zwölf Monaten, der Roy wird die Karte bestimmt zwei Jahre drin haben. Fragt ihn einfach, er wird es bestimmt beantworten können, sei es ein neues Bios oder wie gesagt, Treiberversionen, wie schneidet die Karte ab, wie sieht die Performance jetzt aus. Also wirklich top. Danke nochmal, Christian und Roy. Ich hoffe, du freust dich. Also ich bin 100% sicher, dass du dich über die Karte freust, denn das ist ja so einer deiner Traumkarten und ich hoffe, du wirst sehr viel Spaß damit haben. Das soll es auch schon gewesen sein für das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich freue mich auch, dass wir in letzter Zeit ein bisschen mehr zu AMD Grafikkarten machen können. Das habe ich ein bisschen vermisst. War ja in der Vergangenheit nicht so möglich, weil man sie nicht wirklich bekommen hat und ich hoffe, dass dann noch ein paar kommen. Als nächstes kommt, wie gesagt, die 40Yi. Je nachdem, wann ihr das Video seht, habe ich sie schon getestet. Dann schaut euch gerne das Video dazu an. Werdet ihr dann auch in der Playlist finden unter Grafikkarten und das soll es gewesen sein. Ich bin raus, euer Tobi. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Das soll es auch noch nicht gewesen sein zur Karte. Falls euch noch irgendwas gefehlt hat, dann schreibt es gerne in meine Kommentare, denn ich werde noch ein Undervolting-Video machen. Also wie kann man die Karte undervolten und was kann man an Strom sparen, was ist da möglich mit einer 7100 XTX. Das betrifft dann nicht nur die Naito Plus, sondern Undervolting ist ja bei eigentlich fast jeder Karte möglich und dementsprechend schauen wir uns das Ganze mal an. Vor allem jetzt, wo zunächst die Strompreise hochgehen oder bei vielen von euch schon die Strompreise hochgegangen sind. Und ich muss sagen, es wird in nächster Zeit öfters Treiber-Updates geben, also wo wir dann einen neuen Treiber testen und warum ist das so? Ich habe ja am Anfang gesagt, der Christian hat die Karte gekauft und hat sie mir zugeschickt, aber die Karte ist nicht für mich. Und zwar, ihr könnt euch erinnern, der gute Roy, der hat ja im Prinzip von der Karte nicht schwer. Christian, er schaut ja jedes Video von uns an und hat dann halt mit mir telefoniert. Wir haben gesprochen und er möchte die Karte Roy als Dauerleihgabe zur Verfügung stellen. Er hat hier völlig... 50 Kommentare kommen, ey Christian, ich brauche auch eine Karte. Wenn ihr mich jetzt verarscht, ich fall hier vom Schluck und stehe nie wieder auf. Nein, pass auf Roy, das ist wirklich deine Karte. Nachdem Tobi damit fertig ist, kriegst du die zugeschickt und dann kommt die in dein System und dann kannst du mit der richtig rumöseln. Wollt ihr mich verarschen? Nein! Ihr verarscht mich jetzt, ehrlich. Nein! Nein! Vielen Dank.